Ja, herzlich willkommen! Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch mir vielleicht gar nicht geglaubt haben, als ich gesagt habe, dass ich mich über eure Kommentare freue und dass ich die immer lese und dass ihr doch die Fragen unten reinstellen soll, damit ich die irgendwann beantworten kann. Ja, genau darum geht's. Ich beantworte heute eure Fragen. So, und wir fangen an mit einer Frage von Verena. Liebe Petra, mich würde interessieren, was du zum Thema Trinken, stilles Wasser während des Essens sagst. Sollte man besser vor oder nach dem Essen trinken? Hat dies Einfluss auf Verdauung? Vielen lieben Dank! Ja, kluge Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich frage nämlich immer meine Patienten, wie die es denn so halten mit dem Trinken und die erzählen mir immer, sie trinken vor allen Dingen immer während des Essens und nach dem Essen. Und dann kriege ich immer ganz große Augen und sage, so bitte nicht. Und zwar immer vor dem Essen trinken. Und warum? Damit die Verdauungssäfte nicht verdünnt werden. Das ist ganz, ganz klar. Und beispielsweise, wenn ihr jetzt in eine Kartoffel beißt oder in eine Hülsenfrucht und ihr kaut ordentlich, dann merkt ihr, dass je öfters ihr kaut, umso flüssiger wird dieser Speisebrei. Und das ist nicht Wasser, das ihr getrunken habt, sondern das ist euer eigenes Verdauungssekret, das der Körper tatsächlich herstellt. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer vor dem Essen getrunken zu haben, während des Essen schon gar nicht. Und dann nach dem Essen würde ich schon sagen, wenn es irgendwie geht, zwei Stunden nichts trinken, wäre dann optimal. Die liebe Martina Danlowski fragt, ob es denn tatsächlich so ist, dass man nach 16 Uhr kein Obst mehr essen sollte. Ja, eigentlich schon. Es ist wirklich gut, wenn man alles, was Kohlenhydrat und süß ist, tatsächlich eher in die Vormittags- bzw. Mittags- bis Nachmittagsstunden so 15, 16 Uhr schiebt. Meine Empfehlung ist es tatsächlich auch, und gerade dann auch, wenn ihr noch Intervallfasten macht, zuerst immer kohlenhydrathaltige Nahrung zu sich nehmen und dann zum Abend zu, also so ab 16, 17 Uhr, wenn es geht, kaum oder keine Kohlenhydrate mehr. Damit nämlich dann irgendwann der Körper in die Fettstoffwechselverbrennung kommt und vor allen Dingen auch kein Insulin mehr gelockt wird, damit der Schlaf gut wird, damit die Reparatur gut wird, damit die Ketone gebildet werden können. Das sind bestimmte Fettmoleküle, die einfach richtig in uns aufräumen. Und von daher ist die Frage eine richtig gute und du hast recht, besser nach 16 Uhr kein Obst mehr essen. Die liebe Daniela fragt, ob das normal ist, dass, nachdem sie sich jetzt schon acht Monate sehr bewusst ernährt und auch vegan ihre Schuppenflechte, die sie zuvor hatte, zwar um einiges besser geworden ist, aber noch nicht ganz vorbei ist. Da kann ich einfach nur sagen, Schuppenflechte, ja, das ist so eine Erkrankung, die einfach zum Heilen länger dauert. Viel einfacher ist im Übrigen die Neurodamitis. Neurodamitis, die geht recht schnell weg, wenn die Ernährung umgestellt wird, besonders wenn Menschen ganz viele Milchprodukte gegessen haben und die meiden dann die Milchprodukte und auch Weißmehl, dann ist Neurodamitis ganz schnell in den Griff zu bekommen. Bei der Schuppenflechte, dass die schon wesentlich besser geworden ist, nach acht Monaten kann ich einfach nur sagen, du bist völlig auf dem richtigen Weg, bleib dabei und du wirst sehen, dass sie immer weniger wird. Und wenn alles gut geht, dann hast du vielleicht in einem Jahr oder auch schon in einem halben Jahr so gut wie keine Zeichen mehr dieser Psoriasis, die ja, je nachdem wo sie ist, auch nicht so schön ausschaut. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Weitermachen, bleib dabei, du bist genau auf dem richtigen Weg und du siehst ja eigentlich schon, was mit dir passiert. Ja, gleich zwei Fragen kommen von Pink Flamingo. Also die erste Frage ist, kann man denn überhaupt zu viel Ballaststoffe essen? Zu viel Ballaststoffe? Ne, wir essen viel zu wenig Ballaststoffe. Das ist der Grund, weshalb auch Darmträgheit und Verstopfung wirklich eines der größten Probleme hier in unserem Lande ist. Abführmittel sind die Mittel, die in Apotheken wirklich zuhauf verkauft werden. Und es ist schon ganz spannend, auch wenn meine Patienten hierher kommen das erste Mal und sie kommen so aus dem ganz normalen Alltag mit so einer ganz normalen deutschen Mischkost. Ganz viele Menschen haben richtig große Probleme mit der, ja, mit dem Stuhlgang. Und das ist nämlich gleich deine zweite Frage, die du mir stellst, ob ich denn mal ein Video zum richtigen Stuhlgang machen kann. Ich weiß, es ist ein Tabuthema. Und ich weiß auch nicht genau, ob ihr das hören wollt, aber ich würde gerne trotzdem mal drei Sachen vielleicht einfach loswerden. Also zum einen, Stuhlgang sollte man mindestens einmal am Tag haben. Eigentlich immer dann, wenn man große Portionen gegessen hat. Und das sollte man zwei bis dreimal am Tag tun. Ordentlich kauen, dann ist auch der Stuhltrang nach ungefähr einer halben Stunde oder 40 Minuten da. Im Übrigen super toll zu beobachten bei Kindern, denen man, ja, einfach nichts verbieten sollte in dieser Hinsicht. Die gehen nämlich, nachdem sie gegessen haben, eigentlich nur strax so 20 Minuten, 30 Minuten später zur Toilette. Das ist das eine. Und wie erkennst du, ob dein Stuhlgang eigentlich ein guter ist? Es ist so einfach, indem du eigentlich gar kein Toilettenpapier mehr bräuchtest, weil es einfach eine, und jetzt höre, saubere Angelegenheit geworden ist. Ja, und in diesem Sinne, das war es schon zum Thema, bessere Verdauung und Stuhlgang. Und ich hoffe, das kannst du gerade so verdauen. Tja, das Thema Darmgesundheit scheint euch schon zu beschäftigen. Auch hat Madeleine Herrmann eine Frage, denn sie hat gelesen, dass Getreide und Soja, aber auch Hülsenfrüchte im Körper schleimen und daher nicht wirklich gesund für unseren Darm wären. Und jetzt ist sie verwirrt. Ehrlich gesagt, diese Aussage würde mich auch verwirren, weil Hülsenfrüchte und dazu gehören auch die Bohnen und auch die Sojabohnen sind ballaststoffhaltig. Es gibt kaum was, was ballaststoffhaltiger ist. Auch voll Wertgetreide, voll Korngetreide, auch die Pseudogetreide sind einfach richtig wertvolle Ballaststoffgeber. Und davon brauchen wir genug. Wir essen viel zu wenig davon. Deswegen lass dich nicht verwirren oder irren. Natürlich sind diese Dinge wirklich gut und vor allen Dingen auch für deine Verdauung. Probier es doch aus und du wirst sehen, dass es stimmt. So, ja, das war jetzt die erste Runde zu euren Fragen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich natürlich jedes Mal, wenn die Daumen nach oben gehen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr weiter verlinkt und vor allen Dingen, wenn jetzt ganz viele Kommentare und weitere Fragen unter diesem Video von euch kommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine super tolle Zeit und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss!